Ah, das ist schon wahnsinnig idyllisch hier, ne? Ja, Servus, grüß dich. Servus, grüß dich. Wir sind hier in Dietram Celle. Genau, in Bayern. Und was genau suchen wir hier? Wir schauen uns heute einen bayerischen Kosmopolit an. Ja, und beim bayerischen Kosmopoliten denkt man ja wirklich nicht hier an diese Gegend, oder? Hier ist alles so urig und gemütlich. Kosmopolit klingt so modern. Aber es macht es ja auch schon wieder spannend, weil dann ist es ja für uns einfach zu finden. Und ich sage dir, ich weiß auch, wo es lang geht. Gib mir mal die Hand. In dem 2021 fertiggestellten Neubau fühlt sich dieses Paar rundum wohl. Hi, ich bin die Lisa. Ich bin der Sebastian. Das ist Louis. Und das ist unser bayerischer Kosmopolit. Besondere an dem Haus ist wirklich auch der Ansatz, wie geht das Haus mit dem Außenraum um, mit der Natur. Auf der anderen Seite, dass es sehr kosmopolitisch ist, so vom Lifestyle, wenn man nur so innen drin mal rum sieht und das Glas, dann könnte man auch denken, okay, es ist in Kalifornien. Auf der anderen Seite von außen merkt man, okay, wir sind in Oberbayern. Oh, ich glaube, das ist es. Was sagst du? Das muss das sein. Also ich finde das total super. Ich möchte da rein. Ich will auch da rein. Aber ich bin der Erste. Nein, nein, nein. Ich bin da viel. Ich habe sogar hohe Schuhe an. Ich bin schnell. Ich bin schnell. Oh. Wow. Okay. Es sind zehn Punkte, du machst alleine weiter. Alles klar. Nein, die darfst du nicht. Achso, nee, ich bleib hier für immer. Du öffnest die Tür und siehst schon, es geht ganz weit nach hinten. Du hast eine riesengroße Glasfläche, die dich ins Grüne blicken lässt, bevor du dich auf den Garderobenbereich fokussierst, der auch wunderbar und stimmig in dieses ganze Haus eingeflossen ist, möchte ich schon fast sagen, weil diese Einbauschränke und Wände sich perfekt mit diesem Beton und mit diesem Boden, es hat alles so schön harmoniert. Oh, die perfekte Küche. Interessanterweise bin ich eigentlich normalerweise gar kein Schwarz-Fan, außer du trägst Schwarz. Aber so in der Wohnung und ich finde aber, es passt so harmonisch und so perfekt zusammen. Das Holz, der Stein, das Schwarz, was für eine Traumküche. Die indirekte Beleuchtung, die Schlichtheit, dieses cleane, sehr, sehr, sehr schicke Ambiente, das war nicht ein Traum. Ich empfinde das auch als geschmackvoll und elegant und schlicht, aber ich finde es auch echt ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt auch umswitchen und sagen, sag mal, Schatz, möchtest du die Küche kaufen? Ich fand das ein bisschen drüsch, also ein bisschen trocken. Oh, diese Glasfronten, dieser Kamin, oh nein, ich liebe es. Oh, ist das schön. Das hat so was Gemütliches, einfach deshalb, weil du diese riesen Glasfronten hast und du guckst nur ins Grüne. Ich finde das einfach richtig kuschelig. Du findest das gemütlich. Ja, guck dir das mal an. Du musst dir vorstellen, da lagen jetzt Materialien auf dem Tisch, das waren jetzt fünf Stück und mit den fünf Materialien wird gesagt, damit baust du dir dein Haus. Und wenn du jetzt überlegst, das wäre dann Beton, Holz und auch Metall. Und dann hat sich auch noch festgelegt bei den Farben, dann hast du halt gesagt, ich nehme Grau und Schwarz. Und das ist das, was so in das Haus reingeflossen ist. Mir fehlt da echt noch ein bisschen so was anderes. Ein Highlight befindet sich außerhalb. Der Innenhof mit zwei Pools und einem Baum, der in das Gebäude hineinzuwachsen scheint. Wie schön ist das denn bitte? Wahnsinn! Der Pool, der Pool, die Terrasse, der Baum. Ich finde diesen Baum, diese Idee, den hochwachsen zu lassen aus diesem Garten, ein Traum. Und das ist eben auch etwas, was du aus dem Wohnzimmer aussiehst. Im Außenbereich gibt es zwar viel zu sehen, dennoch geht es für die zwei erst mal im Haus weiter. Und zwar im Obergeschoss. Ich dachte, man kommt da jetzt hoch und ist alles super groß und loftig. Aber eigentlich ist das sehr eng. Der Blick in die Natur lässt das allerdings schnell vergessen. Oh mein Gott! Oh Gott, ist das schön! Dieses Schlafzimmer fühlt sich an wie ein Baumhaus. Dieser Baum, der von unten hochwächst, gibt dir da oben das Gefühl, dass du geborgen bist. Dieses Spiel mit dem Glas, die Lichter, die Wärme und diese Gemütlichkeit, die hat mich komplett umgeworfen. Du hast halt hier außen nochmal einen Gang. Oh nein! Es ist eine Scheibe! Oh, hör auf! Hat sich erschreckt, ne? Ja! Da haben wir den Lieblingsplatz. Die beste Aussicht auf den Garten, auf das Wasser, auf das viele Grün, auf diesen schönen Baum. Ich verstehe das total. Freie Sicht bedeutet von der anderen Seite meist auch freie Einsicht. Das wird im Badezimmer besonders deutlich. Es ist natürlich krass, wenn du hier nackig stehst in der Badewanne. Aber da hast du ja die Folgen. Und ich muss dir ehrlich sagen, das wäre mir total egal, weil ich das wirklich schick finde. Du würdest ja auch nackt einfach so drin liegen. Ja, ja. Mir macht das nix. Ich hab's im Badezimmer auch noch nie gesehen. Guck mal, da steht gar nichts rum. Da ist einfach nur die Badewanne. Das hatte eine Ruhe und eine Ausstrahlung in Kombination mit dem Holz und dem Stein. Das war ein ganz wohliges Gefühl. Man konnte sich richtig gut vorstellen, wie das ist, abends in der Wanne zu liegen und die Seele baumeln zu lassen. Und falls den Besitzern mal nicht nach Baden zumute ist, gibt es nebenan eine großzügig gestaltete Duschkabine. Das ist wirklich Bali-like, finde ich. Ja, das ist wie im Spa. Stell dich doch mal hier hin. So. Nee, nee, nee. Lassen Sie mich in Ruhe. Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Die zweite Etage hat mir definitiv besser gefallen. Das ist eher so, wo ich mich mit vereinbaren kann. Aber ich hab hier auch einfach einen anderen Blick und ich hab so das Gefühl, ich bin einfach zu allen Seiten wirklich offen. Und es hat eine Ruhe, eine Geborgenheit, eine Ausstrahlung, eine Wärme. Das müsste sich doch bei der anstehenden Bewertung bemerkbar machen. Bis zu zehn Punkte sind von jedem Experten möglich. Ja, ich war heute im kleinen idyllischen Dörfchen in Bayern. Dietrams Zell. Und ich hab ein uriges, altes Bauernhaus erwartet. Aber das, was ich hier gesehen hab, hat meine Vorstellungen komplett übertroffen. Hier steht ein modernes, absolut wunderschönes, designtechnisches, perfektes Meisterwerk. Mit viel Beton, viel Holz, einem tollen Kamin, einem offenen Wohn- und Essbereich, einem großzügigen Entree, einem traumhaften Garten. Einem Baum, der vom Garten in den oberen Badezimmerbereich reinwächst. Und da kommen wir auch schon zu diesem tollen Schlafzimmer, das an ein Baumhaus erinnert. Und diesen Spa-Bereich, der wirklich, wirklich wunderschön war. Das viele Glas und diese ganzen Formen und Farben haben mich total überzeugt. Und ich habe mich verliebt. Und deshalb gibt es für den bayerischen Kosmopoliten heute von mir definitiv und einwandfrei, da muss ich gar nicht lange drüber nachdenken, 10 Punkte. Fest steht, mehr geht nicht. Was sagt Guido? Der bayerische Kosmopolit. So hieß das Haus heute, was ich mir anschauen durfte. Und von außen fand ich das schon sehr interessant. Und auch die ersten Schritte in den Eingangsbereich haben mir schon wirklich gut gefallen. Auch Küche, Essbereich und Wohnzimmer waren wahnsinnig schön gestaltet. Es waren tolle Materialien verarbeitet und vor allen Dingen auch gut verarbeitet. Und oben ging es dann weiter. Ich hatte oben ein wahnsinnig schönes Schlafzimmer, einen tollen Rundgang um ein Atrium. Das heißt, ich hatte einen Baum mitten im Haus und hatte am Schluss auch noch einen wahnsinnig schönen Wellnessbereich. In dem unteren Bereich, ich hätte mir da ein bisschen mehr Farbe gewünscht. Aus dem Grund gebe ich dem trotzdem wirklich sehr schönen Haus 9 Punkte. Damit sind es 19 Punkte, die in Haus Nummer 3 einziehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017